Einstellung und Anwendung der HR-Messerschleifführung für Nassschleifsysteme Die HR-Messerschleifführung ist mit zahlreichen Nassschleifsystemen mit Führungsstrangen im Durchmesser 12 mm kompatibel. Zum Einstellen des Schleifwinkels gibt es mehrere Methoden, z.B. mit Hilfe eines digitalen Neigungsmessers. Dazu stellen Sie den Neigungsmesser einfach auf die Oberseite der Schleifführung und passen die Höhe der Universalstütze an, bis der gewünschte Winkel im Display erscheint. Dann fixieren Sie die Höhe der Universalstütze und die Schleifführung auf deren Führungsstange. Nun lösen Sie die Klemmung noch einmal und drehen die Universalstütze samt Messerschleifführung nach oben, bis ein Lichtspalt zu sehen ist und die Führung keinen Kontakt mehr zum Schleifstein hat. Sie können auch die Winkellehre Ihrer Schleifmaschine nutzen, um den Winkel der Messerschleifführung einzustellen. Dazu legen Sie das mitgelieferte Kunststoffblättchen zwischen den Schleifstein und die Winkellehre. Zum Einstellen mit der sogenannten Einfärbmethode färben Sie die Schneidenphase mit einem wasserfesten Marker ein. Klappen Sie die Schleifführung auf den Schleifstein und drehen Sie ihn etwas mit der Hand. Passen Sie die Höhe der Universalstütze so an, dass die Schleifspuren über die gesamte Breite der eingefärbten Phase laufen. Sind die Spuren nur vorne an der Schneidkante zu erkennen, müssen Sie die Stütze etwas absenken. Sind Sie nur im hinteren Teil der Phase zu sehen, ist der Winkel zu flach und Sie müssen die Stütze etwas nach oben stellen. Ist der korrekte Schleifwinkel gefunden, fixieren Sie die Schleifführung auf der Universalstütze und stellen die Höhe wie bereits gezeigt ein. Mit der Einfärbmethode können Sie auch die Einstellungen für Messer ermitteln, deren Phasenwinkel Sie nicht kennen. Sind alle Einstellungen getroffen, geht das Schärfen mit der HR-Messerschleifführung einfach und zügig. Achtung, der Schleifstein muss sich immer zur Schneide hindrehen. Schleifen Sie immer im sogenannten Gegenlauf. Führen Sie die Klinge seitlich von hinten an die Magnethalterung und ziehen Sie das Messer mit leichtem Druck nach vorne ein paar Mal über den laufenden Schleifstein, bis sich ein durchgängiger Grat an der Schneidenkante gebildet hat. Dann wechseln Sie die Seite und schleifen die gegenüberliegende Phase. Die HR-Messerschleifführung eignet sich auch zum Schärfen kurzer Messer, zum Beispiel für Küchenmesser und Taschenmesser sehr gut. Wenn sich auch auf der Gegenseite ein durchgängiger Grat gebildet hat, ziehen Sie die Klinge noch einmal mit weniger Druck auf der anderen Phasenseite über den Stein. Anschließend wird die Klinge auf der Lederscheibe abgezogen und der Grat entfernt. Um hochwertige Messer vor Kratzern zu schützen, ziehen Sie das mitgelieferte Gummiband über das Magnetelement und passen die Höhe der Universalstütze entsprechend an. Achten Sie beim Zuführen der Klinge darauf, dass Sie das Gummiband nicht anschneiden. Während des Schleifvorgangs werden die Klingen durch die Magnete in der Schleifführung magnetisiert. Um sie wieder zu entmagnetisieren, ziehen Sie die Klinge zweimal über die Oberseite der Schleifführung. Das ist in der Regel vollkommen ausreichend. Nach dem Schärfen nehmen Sie das Gummiband ab und waschen es aus und reinigen die Schleifführung mit einem Tuch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren frisch geschärften Messern und lange Freude an der HR-Messerschleifführung für Nassschleifsysteme. Das war die Beteiligung. So war die Beteiligung. Das ist in der Regel vollkommen ausreichend. Vielen Dank.